Hallo, ich heiße Daniel, ich bin bei Extinction Rebellion. Das ist hier die Gruppe, die das hier initiiert hat, diese Blockade, dieses Sit-up, dieses was auch immer. Ja, also das ist gut, wir haben hier so ein Dreibein gebaut, um das etwas effektiver noch zu blocken. Und da sitzt jetzt jemand oben drin, das haben sich zwei Leute angekettet, wenn ich das richtig sehe, damit einfach die Geschichte länger dauert, damit die Polizei mehr Arbeit hat. Wir wollen einfach da letztlich Arbeit verursachen. Ja, und die Organisation möchte einen Schritt weiter gehen als die normale Demo. Weil die normale Demo ist immer angemeldet, ist immer gar kein Problem, ist alles im Vorfeld, alles klar. Und stört eigentlich das System nicht, weil es Notstand ist. Und Notstand ist auch mal was anderes als eine Demo gegen irgendwas, das irgendwann mal vielleicht ist. Sondern es ist Notstand und es muss mehr passieren. Es muss mehr geblockt werden, es muss mehr Sand ins Getriebe. Ja, weil der Aufruf muss deutlicher werden für die Politik. Wenn keiner kommt, bleiben wir wahrscheinlich einfach und dann schauen wir, wann wer kommt. Applaus Vielen Dank.